Da wird aber ein Tausender Was sind neue? Ja, nicht so wirklich Nichts Interessantes zumindest Treffen, nichts Neues Karte ansehen Brandgefahr, alles abgedeckt Milität, ach ja richtig, ich wollte doch mal die Polizei, die wir bauen Das würde ich jetzt als nächstes hier bauen 1, 2, 3 So, gut, bauen wir dieses Jahr noch ein Polizeirevier Nächster Weg gehen wir hier aus Bürger verfliehen, verzogenen Abgaben Ja, aber verlangen nach noch mehr Wohnungen Bin nur ich der, der das schizophren findet oder Ist das allgemein so ein Problem? Bin nur ich, ja ich weiß Hä, es zieht noch mehr hin, aber sie beschweren sich über zu hohe Steuern Guck mal, hier liegt sogar noch einen drauf Jetzt willst du wieder Müllverarbeitung Müllabfall, ah, schon 100% ist doch noch frei Oder zählt das jetzt nicht, weil da hinten keine Straße liegt Wahrscheinlich zählt es nicht, weil da hinten keine Straße liegt, ja Ähm Habe ich überhaupt angefangen aufzunehmen 19, ja, gut, geht noch So, dann wege ich mir gleich wieder entgegen Die Tatsache, dass da hinten nichts draufgelegt wird, beunruhigt mich grad so ein bisschen Äh Tatsache, dass da kein Verkehr ist, obwohl da Autos stehen Finde ich auch recht innergurig Überlastet? Schwach? Keiner Na klar Okay, ich seh's ein Ich muss da hinten noch irgendeine Straße hinziehen Nein Der war jetzt schön, ne? Ich könnte fast mal nicht mehr abgerutschen Das war natürlich geplant 86 nur noch Ich brauche Geld sparen, Jungs 5,5 Weck mich Was? Och, nö Nö Jetzt bin ich am Arsch Jetzt immer noch? Ja, schulen Dahin oder dahin? Dahin So, jetzt zählt's scheinbar zu Gut Warum auch immer Äh, wieso hab ich denn das so langsam gemacht? Bin ich besoffen? Ja Wär schon möglich Das war nur ein Bier Nee, ist nicht auch noch ein Krankenhaus Doch Ich hasse dich, Spiel Ich hasse dich Krankenhaus Kann ich mir gar nicht mehr leisten Denn Zum Glück verdiene ich knapp 7000 dieses Jahr Das ist ein neuer Rekord, du Was sag ich dir aber? Hm Unverändert Unverändert Hier hochhäuser ohne Ende, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Was hab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Was sag ich euch das? Das ist das Geistaus Das ist das Geistaus Das bringt's so gar nicht, aber hey Oder die Verordnungen, ne Muss ich wieder aufschalten Parkplatz Ist das auch sauberer oder die schmutzige Industrie? Ich schaue gleich drauf an, was ich drauf abstelle So Alter Geben da schon da ab Ein schönes Geld geht weg Das ist nicht lustig So, dieses Jahr wollen wir 4000 sparen Weil ich bald mal wieder so ein neues Kraftwerk Dingens brauchen werde Okay Krankenhaus Vielleicht wird's dann ja wieder besser Ich darf jetzt noch 2,5 ausgeben Nicht gerade viel Weil wir denken, dass ich die Straße noch da unten weiterbauen will Hier bauen wir noch eine Reihe Illustration Dann haben wir gleich 2 Schadet ja nicht Wasserleitung Liegt noch alles? Gut Gut Ähm Okay Das macht mir schon leicht Angst Das ist 480 Das zählt noch nicht dazu Das ist noch der erste Monat, hm Was sagt denn meine Wasserversorgung? Die kommt auch schon da ins Limit Ähm Pumpenhaus, Pumpenhaus Bauen wir gleich 2 Bauen wir gleich 2 Was soll der Geiz? Ja, die müssen wir jetzt auch noch bauen Ihr habt ja mal noch eine Reihe Und noch ein einzelnes Ach komm, bau die Reihe zu Gut, nächstes Jahr auf 6000 Das wird schwierig Ich würde gerne die Straße noch so Ein bisschen weiterbauen Hier blickt ein Helikopter rum Obwohl ich gar keinen Flughafen habe Wo kommt der her, verdammt? So, wir haben eine Straßenanbindung An das Gefängnis Und der hat nur 43 Jahre gedauert Hey, ist das nicht wahnsinnig Wie schnell ich arbeite? So Okay, jetzt ist es wieder ausgewogen, ne? Das ist doch noch ein wenig, dass ich da eine neue brauche Sehr gut Klinik Läuft gut Nehmen wir auch nur 12 voll an Oh, 11 Tonnen Verwaltungs-Kram Ja, das ist ein bisschen angestiegen Was machen denn überhaupt die Parks? Ja, nix Was ist die Überwachungsstaat? Ist das überall jetzt? Oder? Hier nicht Die Überwachungsstaat ist jetzt nicht so gut für die Moral Warum ist es da so? Okay, Moment Ich versuche mal was Polyseien Ist schon leicht So, vielleicht jetzt Was? Stau, ja Sollen die auch noch rum? So, nur für Verkehrsanbindung hat Dann Ja Ich arbeite ja dran Ich habe nur kein Geld Ich habe schon Geld Aber das will ich nicht ausgehen, bevor ich was sage Ich baut mir Hochhäuser und halt die Fresse Tom Fusei Auto-Teile Nix Neues Nichts Neues Hier kann man sowas Großes irgendwie So Sauberes Groß und Sauber muss sein Stauproblem werde ich sowieso nie in den Griff bekommen Weil ich versuche es gar nicht erst Toten ist Verbrechen Leben im Gefängnis ist Verbrechen Super Gefängnis Boah, hier sind die Künstlungsweise jetzt fast schon an Nein Oh, hier ist immer noch Feuerproblem Technisch Nein, ich will jetzt keine weitere Feuer bauen So ist halt dringend Ich brauche noch eine Stromversorgung Sehr gut Ein Solarkraftwerk wäre jetzt was Schönes Oder ein Windkraftwerk Aber die kann ich noch nicht bauen Sehr gut Jetzt habe ich vergessen zu gucken, was die Verkehrsdienst Ja, so schlimm sieht es auch wieder nochmal hier aus Oh Gott, das ist ja Wunderschön Super, ich verdiene fast nichts Ich will jetzt irgendwie 6000 nächstes Jahr haben, ne? Ich glaube, ich würde jetzt zählen erst mal auf 5000 Gaswaren Mhm Jetzt bin ich anders, um sauber zu werden Ich glaub's ja nicht Ja, voll ekelhaft Das muss ich korrigieren 10.000 Keine Klagen von den Händlern Ja, das will ich ihnen geraten haben Alles falsch Hier Wird aber auch hier Haufe Luft Ach nein, das war ja Ja, 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 ich erinnere mich Hier eigentlich mal ein paar Böse und so Niemand klagt Sehr gut Oh, kein Kläger da Kein Lichter So Boah Von der Nachfrage nach Ja, cool Ich hatte auch schon mal über 70.000 Aber ich glaube, was soll denn das? Das ist so unbeständig irgendwie So, ich baue mal hier noch ein Stück Rohr Hm Vielleicht süß ist, soll ich bei dir mal drauf verlegen So Was soll denn das Budget jetzt? 7,5 Wo ich's halten kann Kann ich natürlich nicht Ja, Brauchverkehrswege Bla 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 68.000 Wir leeren uns wieder an 70.000 Ne? Und ich mach wieder mehr gewinnen Was? Was? Hm Soll ich vielleicht mal anschließen Ich bin 14 mal alle Lorleidungen Lorleidungen Das sind Leidungen, die nach Lor führen Ne? So, hier habe ich noch kein Wasser, ne? Darüber jammern sie grad, ne? Das muss jetzt gleich auch bewässert sein So, die ist schon voll bewässert jetzt Und das jetzt gleich auch Also nächstes Jahr dann Naja, ausgezeichnet Wasserversorgung, so ne? Komm, nächstes Jahr! Züge sind übrigens überfüllt Ja, das ist auch bewässert so Hatt ich jetzt neue Kastler geboren? Nein Hm, da war das wirklich erst 1960? Kann ich mir nicht vorstellen So, ich brauche noch Starrom Starrom Das heißt, ich ziehe jetzt mal Nein! Ach, Scheiße So war das genau geplant Boop Boop Boop, ist doch kein Argument jetzt hier Vielleicht von hier aus Kostet ja nix So überhaupt nix kostet das, ne? 6.000 habe ich irgendwas gesagt, ne? War ja noch Sturmwand irgendwann mal für einen Kraftwerk Der hat Ob ich das endlich mal bauen kann Aber ich glaube, es gibt das 1960 Das, was ich bauen will Und vorher müsste es aber noch ein anderes geben So, das habe ich nicht falsch ausgerechnet So, das habe ich nicht falsch ausgerechnet Was? Ja, das Etat mit Gewinn Hab ich doch schon seit Jahren Müssen wir mich verarschen Hier, Arschgesichter 24% voll Da ist noch viel Luft wieder So, brauche ich noch ein wenig Gewerbegebiet Nach einer Reihe kann es dir nicht schaden So, dann ziehe ich mal die Stromleitungen weiter Fort hier irgendwo, sobald ich die, äh, finde Kostet ja nix Kostet ja nix Wir haben sie ja inzwischen nur wen So ein bisschen, ne? Wie, ihr braucht danach auch noch Wasser, ihr Arschgesichter Ich töte euch Ich gucke wahrscheinlich bald wieder irgendein neunmal kluge Uuuuuh, du hättest das gar nicht so bauen müssen Ich mache es aber so Ich baue dann auch gleich noch irgendwo meinen Hafen hin So, und so, und so, und so Oh, ich habe gerade ganz viel Geld ausgegeben Ich spare, wie gesagt, eben momentan Geld, ne? Merkt man vielleicht, dass ich ganz doll viel Geld spare Und Geld sparen bedeutet bei mir es richtig aus dem Fenster zu werfen So, jetzt habt ihr endlich mal Strom, so Die Wohngebiete 11.000 Ich hab das Spiel verpackt, die merke ich gleich Aber sowas von hab ich das verpackt Mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Da hinten wächst eine saubere Industrie, das geht ja mal gar nicht Na gut, gehen wir noch Eine Reihe, bauen wir noch Bei der hohen Nachfrage 2,5 Budget Gewerbegebiet Das machen wir noch 1 drauf So, wo baue ich denn meinen Hafen hin Weiß nicht, haben diese Gebäude Auswirkungen auf den Hafen oder nicht? 11.0 Ich muss ja noch mit Wasser was sorgen Das wäre ja zu heftig Und hier wollen wir hin Ob nächsten Monat Ja, sie brauchen auch noch eine Wasserversorgung Aber ich werde einen Scheißdreck tun Das jetzt auch noch So, da habt ihr aber noch Wasserversorgung Und jetzt schwerft endlich mal Geld ab Das heißt ja, nein Langsam wird es mal Zeit, dass ich hier wirklich Geld bringe Wisst ihr das? Nein, die Bürger fliehen vor gar nichts Hör auf, so Unwahrheiten zu erzählen So, neue Verordnungen Nein Sonst müsst ihr doch langsam mal Geld bringen, oder? Nächsten Monat Hinschwitzt Jetzt fliehen sie vor Zuge und steuern Das heißt ja keine Wasserversorgung Ach, weil die Dinger mehr Wasser schlucken, als ich produzieren Na, toll Reicht's vielleicht jetzt aus? Geht gerade unnötig viel Geld aus Nur für diese Scheißdinger Warum nicht? Das ist keine Süßwasserquelle, oder wie war das? Eine Aufbereitungsanlage, ich folge Posten Naja Habe ich gar nicht vergessen Ich will gar nicht wissen, was ich da gerade an Sinnlos Geld verfeuere Ich will es wirklich gar nicht wissen Mal tun, ob meine Wasserversorgung da oben die läuft Die halten eh ewig Die halten nicht so ewig, aber immer noch ewig Okay, da brauche ich wirklich bald ein Kraftwerk Oh, 75.000, sehr gut Proof Mehr Geld will ich dieses Jahr aber wirklich nicht mehr ausgeben Das ist noch ein bisschen mehr ausgeben, ne? Schönerweise Jetzt vielleicht Ja, na also Oh, 250 Dollar im Monat Das ist 350 49 Schnellverfahren 46.041 Tüten geklebt Seit 1911 Wieso haben wir nicht die ganze Zeit schon Tüten geklebt? Und ich hole jetzt die 2 Milliarden Stücke, die geklebt haben, einfach ab Was ist das denn? Achso, WorldJug Sender kennen wir schon Das wird auch viel einfacher Einmal um die Parkplätze, was sollte das? Was ist das denn? Baumarkt, Lagerhaus Gott Ich dachte, die Basten ist immer mit festen Stützpunkt Ach Gott